So, das ist jetzt an der Stelle erstmal die Aufnahme mit diesem Mikrofon in der Televersion, sprich also, ich kann jetzt hier direkt reinsprechen, direkt senkrecht von oben hinab und ihr könnt das Ganze sehr gut hören, aus ungefähr so 5 bis 8 cm Entfernung, ohne Mikrofonvorverstärkung, heißt also bei 0 Dezibel, weiterhin mit dem Windfang ringsrum und das Mikrofonlevel direkt auf 100% eingestellt, wo man direkt unter Eigenschaften vom Mikro geht und dann auf den Pegel, also der Pegel ist wie gesagt bei 100% und Mikrofonvorverstärkung bei 0 Dezibel, dann klingt das Ganze an der Stelle erstmal so.